hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem kanal pc check zu einem neuen video heute schauen wir uns mal bestware.com an und zwar mit den xmg sektor amd pc system für 1700 euro danach machen wir noch mal eine konfiguration über den konfigurator die auch sinn ergibt weil die konfig die hier drin ist ist okay aber es geht besser und dann vergleichen wir da auch noch mal den preis und bevor wir starten noch ein kleiner hinweis wir haben die 100 videos geknackt bzw ich habe die 100 videos geknackt also die uploads ja und wir haben jetzt vor kurzem eine grafikkarte gekauft das war so ein bundle das war eine 3070 ti mit einem bundle von asus dabei und da war eine mouse und mousepad bei hätten wir einmal hier die tuft gaming m3 maus und das tuft gaming p1 mousepad und die beiden sachen verlose ich zusammen an eine person das heißt ihr müsst einfach nur einen kommentar schreiben und dann los ich das wie immer in dem nächsten video aus und wünsche euch viel glück wir machen das dann wieder mit diesem random generator habe ich ja schon mal gemacht und wenn ihr dann gewonnen habt dann meldet ihr euch einfach bei mir im discord gut schauen wir uns hier die seite an hier kann man alles schön sortieren und so weiter hier haben wir auch schon das erste bild zu dem bild sage jetzt natürlich sofort was wenn wir uns hier das bild anschauen haben wir hier ein asus strix board das hier ist auch eine astrix grafikkarte und eine korsair wasserkühlung mit einem xmg logo drauf allerdings stimmt das absolut nicht das ist tatsächlich nur ein beispiel bild aber es wird nirgendwo darauf hingewiesen das heißt die kiste wenn ihr die kauf wird definitiv nicht so aussehen auch mit den lüftern hier vorne das passt absolut nicht auch nicht mit dem ram es kommt natürlich wie gesagt darauf an wie es konfiguriert aber in dieser grundconfig wie es jetzt hier ist ist das nicht so ich habe jetzt schon mal auf jetzt konfigurieren geklickt dann droppt der price von 1699 auf 1673 euro und war erstmal zu dieser grundconfig also erstmal der konfigurator sehr übersichtlich aufgebaut finde ich sehr sehr gut also ich habe selten so einen guten konfigurator gesehen klar mit kommen so die haben auch was schönes aber der ist echt gut aufgebaut finde ich als gehäuse haben wir nicht viel auswahl das ist das corsair 4000 airflow schwarz ja das ist ein top gehäuse überhaupt kein problem passt alles rein hat einen guten airflow wir haben damit schon gute erfahrungen gemacht wir empfehlen es auch sehr oft auf discord übrigens discord falls ihr bock habt joint gerne dem server brauche ich nicht viel zu sagen ist ein top gehäuse wirklich sieht gut aus also wer es ein bisschen schlichter mag es gibt natürlich welche die total am leuchten und ballern sind das ist jetzt hier nicht der fall hier ist ein 120 millimeter lüfter in der front und 120 millimeter lüfter in der hinteren seite die werden aber denke ich ersetzt weil hier in diesem system in der vorkonfiguration sind noch vier be quiet pure wings drin aber so stand alone falls ihr euch mal ein pc zusammenstellt ist ein top case und das kostet 89 euro beim minefactory was den prozessor angeht haben wir schon wesentlich mehr auswahl ihr seht hier auch die ganzen preise diese draufschlagen 501 euro für den 3950 x das ist krass sie das überhaupt noch anbieten aber hier ist ein 3600er ryzen drin der ist natürlich jetzt schon ein bisschen älter man muss es so sagen wie es ist für diese grund gaming kisten reicht der dicke im 5600er wäre schöner gewesen aber hier ist halt der noch drin ob das jetzt resteverwertung ist ich mag so nicht behaupten da hätten sind 2600er reingepackt zum streamen nur bedingt geeignet für just chatting oder valorant oder so ist das okay je nachdem worüber ihr rendert grafikkarte oder prozessor zum zocken allgemein reicht er erst mal noch aus ich hätte mir aber tatsächlich etwas moderneres gewünscht vor allen dingen bei dem preispunkt hat eine tdp von 65 watt sechs kerne 12 threads unterstützt offiziell 3200 megahertz ram und der kostet 199 euro beim minefactory als mainboard bekommen wir in msi mpg b550 gaming edge wifi das ist ein gutes board tatsächlich b550 ist auch prädestiniert eigentlich für die 5000er reihe aber der 3600er läuft darauf natürlich auch hat auch wlan und bluetooth ist auch ein schönes full atx board hier gekühlte spannungsronder vier ram bänke hier kommt die grafikkarte rein hier ist die ssd verbaut hier unten könnt ihr noch erweitern mit catcher card oder ähnliches usb erweiterungskarte was es halt alles so für pc express gibt hier unten kann noch eine m.2 ssd rein hier habt ihr noch dezente lgb beleuchtung was die anschlüsse angeht sind wir auch gut ausgestattet 7.1 mit tossling wlan bluetooth usb 3.1 usb 3.1 typ c 2x usb 3.0 2x usb 2.0 grafik anschlüsse werdet ihr hier nicht benutzen wegen dem prozessor netzwerk anschluss und ps2 anschluss werdet ihr natürlich auch nicht benutzen und ein flash bios button ist ein grundsolides board kann ich nicht meckern immerhin kein micro atx also das sieht auch gut aus in diesem 4000 d airflow von corsair wenn ihr da so ein kleines bord drin hat das sieht auch nach nix aus und das kostet 165 euro bei mine factory arbeitsspeicher haben wir zwei mal 8 gb also 16 gb dual channel ddr4 3200 megahertz corsa vengeance lpx ja in dem preissegment von 1600 euro sage ich mal ist das noch okay 16 gb ich wünsche mir gerne mal 32 weil ich merke an meiner auslastung schon hier mit videoaufnahme streaming und so brauche ich auf jeden fall mehr 16 gb passt aber dual channel auch 3600 megahertz wären schön gewesen 3200 erfüllt jetzt die spezifikation vom prozessor aber der kann auch mehr abläuft dadurch noch ein bisschen schneller es gibt vergleichsvideos auf youtube die könnt ihr euch mal angucken 3200 megahertz ram zu 3600 megahertz das sind vielleicht ja lass es 7 oder 8 prozent mehr fps sein in games aber wäre halt schön wenn sie es reingepackt hätten weil der aufpreis ist jetzt nicht so heftig und er kostet 68 euro 90 bei hardware camp als grafikkarte bekommen eine asus rtx 3060 mit dual fan ja die ist in dem preisbereich noch in ordnung die macht auch gut leistung fps test welche jetzt nicht zeigen ich werden aber verlinken unten in der video beschreibung einige mögen dass einige nicht ich strecke damit quasi immer das video deswegen für die die es interessiert die können gerne auch mal in die video beschreibung gucken aber für normale triple a titel und so reicht das erstmal wenn ihr jetzt nicht auf wqhd mit 200 fps zocken wollt valorant und so natürlich kann das werk auch das läuft auf jedem toaster aber wenn jetzt far cry horizon zero dawn oder was auch immer spielen wollt dann wird die schon ein bisschen in die knie gehen wenn jetzt irgendwie auf die idee kommt wqhd oder so zocken zu wollen aber in dem preisbereich passt das noch einigermaßen und die kostet 629 euro bei alt als ssd haben wir eine 500 gigabyte m.2 samsung 980 pci express 3.0 500 gigabyte bei 1600 euro ich weiß auch nicht so ganz also ich denke dieser konfigurator ist mehr so als aufrüst konfigurator gedacht ihr solltet die nicht out of the box so kaufen wie es jetzt vor konfiguriert ist bei 500 gigabyte ist halt echt wenig man muss so sagen wie es ist wenn da jetzt noch eine hdd oder so bei wäre also es sollte schon ein terabyte sein locker in diesem preisbereich ihr habt die videos vielleicht gesehen von hardware art da war überall eine 1 terabyte m.2 ssd drin die ist natürlich gut schnell mit 3.100 mb pro sekunde lesen und 2600 mb die sekunde schreiben ob man das jetzt braucht es hätte auch eine 970er getan aber das ist schon mal okay dass sie die verbauen ich hätte mir eine größere gewünscht und die kostet 51 euro 96 beim minefactory als cpu kühler bekommen den big fight darkrock 4 ja der kommt mit dem prozessor locker klar er hat eine tdp von 200 watt der prozessor hat eine tdp von 65 watt also das ist wirklich ein guter kühler haben so gut ausgesucht hat auch drei jahre hersteller garantie gut was soll kaputt gehen an so einem kühler der lüfter der vorne drauf ist den könnt ihr aber sowieso immer tauschen das ist vielleicht ein preispunkt von 10 15 euro wenn der wirklich mal kaputt gehen sollte und das kostet 58 euro 90 beim minefactory was ganz interessant ist die nehmen hier als wärmeleitpaste eine thermal grisly kryonaut das ist ganz geil das ist aber nicht eine ganze tube eine ganze tube kostet sieben euro oder so die machen also so ein pünktchen drauf ist nett dass das machen aber das berechne ich jetzt nicht lüfter haben wir vier mal be quiet pwings 2 ja die sind soweit in ordnung vier stück davon ich schätze mal dass sie dann einfach drei stück in die front rein bauen das was vom case übrig bleibt packen die irgendwie oben rein oder so weil da sind ja schon zwei lüfter drin das heißt ihr hättet dem system sechs lüfter der airflow ist auf jeden fall gegeben wenn sie die alten vom gehäuse wirklich drin lassen die sind jetzt nicht schlecht das ist auch völlig in ordnung aber hier haben wir halt auch wieder dieses thema keine rgb beleuchtung ihr seht auf dem bild halt vorne die drei lüfter sind beleuchtet das ist jetzt hier nicht der fall und die kosten pro stück 7 euro 92 netzteil das ist die sonic focus plus 550 watt 80 plus gold vollmodular das reicht natürlich für das system erstmal aus wollt ihr später noch erweitern wenn ihr zum beispiel sagt irgendwann stärkeren prozessor weil das b550 bord das auf jeden fall zulässt und dazu vielleicht noch weiß ich nicht eine 3080 die oder so dann wird das schon sehr sehr eng wirklich also da solltet ihr wenn ihr das system wirklich so kaufen wollt zumindest ein stärkeres netzteil nehmen dass ihr hinterher noch gut erweitern könnt ohne gleich das ganze netzteil ausbauen zu müssen hat zehn jahre garantie ist 80 plus gold zertifiziert vollmodular und das kostet 74 86 bei mine factory das hier ist jetzt ganz interessant das kann man auch nicht abwählen das hier ist ein netzteil kabel kit pro kabel kit für seasonic psu carbon also das ist quasi die farbe davon carbon optik wie auch immer warum die nicht einfach die kabel von dem netzteil nehmen verstehe ich nicht weil die sind meistens auch schwarz das reicht für jeden anderen aus aber die wollen das hier auf jeden fall haben man kann es hier nämlich nicht abwählen man kann nur die farben auswählen man kann jetzt hier sagen rot die kosten 25 euro weniger schwarz kostet wieder acht euro mehr das verstehe ich nicht so ganz warum sie das gemacht haben aber wir berechnen das natürlich auch sieht dann auch gut aus im system aber es muss nicht sein ihr seht wie teuer das ist das kostet 100 euro jetzt im endkundenbereich weiß nicht was die bezahlen aber 100 euro für ein kabel kit da kriegt ein ganzes netzteil inklusive kabel führen aber wir berechnen das kein problem ansonsten ist halt ein stromkabel dabei ja gut das bei jedem netzteil dabei betriebssystem ist nicht dabei 36 monate basis garantie pick up und return das ist ganz nice das heißt der l kommt zu euch holt das ding ab und dann liefern die das auch wieder ab dann braucht ihr nicht zur post fahren das ding unterm arm klemmen das ist okay 36 monate ist auch nicht selbstverständlich normalerweise hat man so zwei jahre agando zum beispiel sagt auch drei jahre dubaro wiederum nur zwei jahre was man erweitern kann mit 50 euro extra dann hat man auch drei jahre ist auf jeden fall geil dass es dabei ist und dann werden wir auch schon beim endergebnis hier haben wir die ssd den prozessor den rahmen grafikkarte das mainboard die lüfter den kühler das gehäuse das netzteil und das cable mod und da kommen wir auf den gesamtpreis von 1468 euro 16 das system soll kosten 1673 euro 98 das heißt ihr würdet dieses system für ungefähr 200 euro aufpreis bekommen das ist okay bei mine factory würdet ihr 150 fürs zusammenbauen bezahlen ihr habt natürlich hier drei jahre garantie jetzt sagen wir mal dubaro rechnet noch diese 50 euro extra für dieses ein jahr also zwei auf drei jahre dann seid ihr es auch so um den dreh 150 euro also wie gesagt bis 200 euro gehe ich noch mit das ist okay ob die konfiguration so jetzt sinn macht lasse ich mal dahingestellt es lässt sich auf jeden fall gut zocken das mainboard ist in ordnung und so dass mit dem netzteil die erweiterbarkeit und was ich halt schade finde man sieht hier dieses bild es sind auch unterschiedliche bilder hier unten zu sehen man denkt man kriegt so eine kiste und dann leuchtet da gefühlt gar nichts weil die 30 60 kann auch gut sein dass die kaum leuchtet und der ram auch nicht weil das ist normaler lpx ram hier ist der rgb program drin finde ich immer ein bisschen schade dass die kunden damit so irgendwie in die irre geführt werden hier ist halt auch einfach kein hinweis dass das irgendwie ein beispielbild sein soll bei miff kommt steht das zum beispiel achtung abbildung kann abweichen und so dann haben wir hier noch den xmg sektor amd da ist es jetzt so dass wir eine konfig wie wir es eventuell machen würden man kann sich jetzt darüber streiten ob diese pure rings die da drin sind in ordnung sind oder ob man doch rgb nehmen sollte wie auch immer das ist ungefähr eine konfig wie sie in ordnung wäre aus meiner sicht da seid ihr natürlich bei 3627 euro 88 ich habe jetzt viele teurere komponenten auch genommen dass wir aber auch einen guten vergleich haben das case da brauche ich nichts mehr zu zu sagen das ist das gleiche als prozessor haben wir den amd ryzen 7 5800x das ist der gleiche den ich auch habe damit streame ich damit render ich es sind acht kerner mit 16 threads hat nur 105 watt tdp deswegen da kommen wir auch gleich noch zum kühler hier haben wir auch noch ram 3200 megahertz da habe ich auch 3600er genommen und der kostet 339 euro bei minefactory als mainboard haben wir ein asus tricks x570-e gaming genommen das ist jetzt ein x570 das ist ein chipsatz der lässt sich besser übertakten beziehungsweise der prozessor lässt sich damit besser übertakten als gegenüber dem b550 ob ihr das machen wollt ist euch überlassen ist auf jeden fall ein gutes board wir haben das auch selber hier im haushalt hat auch viele erweiterungsmöglichkeiten gehe ich jetzt nicht näher darauf ein wir wollen ja nur eine preisfindung haben und das kostet 366 euro 5 bei etek at arbeitsspeicher haben wir zwei mal 16 gigabyte also 32 gigabyte und dual channel ddr4 3600 megahertz also nicht 3200 sondern 3600 megahertz als rgb variante dass wir optisch so ein bisschen an das bild rankommen was da auch gezeigt wird gut da sind vier stück drin hier sind jetzt nur zwei dann könnt ihr aber hinterher noch erweitern wenn ihr zum beispiel auf 64 oder so gehen wollt und der kostet 147 euro 77 als grafikkarte haben wir in dem fall jetzt eine solte gaming trinity genommen rtx 3080 ti hier steht zum beispiel auch bitte wählen sie einen netzteil mit 750 watt oder mehr jetzt stellt euch mal vor der aldi pc mit dem intel 12900 plus 3090 was der dann frisst dann würden sie wahrscheinlich hier schon schreiben dem 850 watt oder mehr da nur mal zum thema netzteil da habe ich ja letztes mal so ein bisschen drauf rumgetreten das ist natürlich von der serie her 3080 ti im moment so ziemlich das beste was ihr kriegen könnt danach kommt noch die 3090 die hat aber effektiv einfach nur mehr speicher hat im user benchmark vielleicht ein prozent mehr damit kriegt ihr die triple a titel auf jeden fall gerockt in 4k natürlich mit begrenzten fps man sieht es ja zum beispiel bei cyberpunk hat selbst die 3090 46 fps auf 4k aber ist auf jeden fall eine super grafikkarte und die kostet 1699 euro dann haben wir hier als ssd eine 1 terabyte m.2 samsung 970 evo plus genommen er hat auch ordentliche geschwindigkeiten von 3500 mb pro sekunde lesen und 3300 mb pro sekunde schreiben hat ein terabyte nicht 500 gigabyte man kann auch noch höher gehen bei einem 3500 euro pc da kann man auch zwei terabyte oder so reinschustern wie gesagt es ist jetzt nur eine grobe übersicht wie wir es zusammenstellen würden und die kostet 104 euro bei minefactory als cpu kühler aber eine corsa hydro series h 150i rgb pro xt das ist eben auch ungefähr die wasserkühlung die in dem bild zu sehen ist ist eine 360er sieht gut aus kühlt den prozessor auch ganz locker überhaupt kein problem ich kühle meine auch mit der 360er io und die kostet 143 euro 790 bei minefactory die wärmeleitpaste werden wir natürlich wieder nicht berechnen dann haben wir hier wieder die pure wings brauche ich euch jetzt nicht zeigen ich habe allerdings in dem fall ist die sonic focus plus 850 watt genommen damit wir auf der sicheren seite sind wir haben was auch schon ist voll modular zehn jahre garantie ist einfach nur ein stärkeres netzteil klar und das kostet 112 euro 59 bei aqua tuning hier haben wir wieder das gleiche kabel kit brauche ich euch auch nicht zeigen stromkabel ist auch klar und die 36 monate garantie und dann hätten wir ja auch das ergebnis hier ist die ssd der prozessor der ram die grafikkarte das mainboard die lüfter das case die wasserkühlung das netzteil und das cable mod und da kommen vom gesamtpreis von 3.127 euro 80 das system soll kosten 3.627 euro 88 das sind einfach mal 500 euro mehr gegenüber selbstbaupreis ihr habt ja endkundenpreise bei geizhalts die kommen an die teile noch günstiger dran je nach abnahme menge klar und ihr kriegt die komponenten bei mainfactory wahrscheinlich auch alle zusammengestellt bis auf das mainboard da könnt ihr auch auf das msi zurückgreifen weil mainfactory führt kein asus ansonsten könntet ihr das quasi nachstellen und für 150 euro bei mainfactory zusammenbauen lassen das ist schon krass viel bei dem ein system eben habe ich gesagt okay 200 euro kann ich mich darauf einlassen 500 euro finde ich zu viel auf jeden fall und ihr müsst es euch ja auch so vorstellen es kostet jetzt auch den systemintegrator nicht 150 euro das zusammenzubauen da sind teilweise leute die arbeiten für mindestlohn die knallen euch in zwei stunden so ein system dahin das kostet den arbeitgeber dann effektiv sage ich mal 50 euro mit ganzen sozialversicherungen und so was das nee also ich würde da das jetzt so nicht konfigurieren und dann kaufen dann wär's zu teuer ich weiß nicht wie es bei intel ist wenn ihr bock habt mache ich gerne noch mal ein video zu intel system vielleicht sind da die preise ein bisschen anders weil die auch andere einkaufspreise haben man weiß ja nicht wie es bei denen so abgeht zwischen amd intel msi asus und so ne da kriegen die ja unterschiedliche preise den konfigurierten hier würde ich auf jeden fall so nicht kaufen und den out of the box der geht klar hat aber ein ziemlich kleines netzteil was für das system ausreicht wenn ihr hinterher erweitern wollt steht ihr halt da ne dann konfiguriert das zumindest ein bisschen höher ich packe euch die beiden systeme auch so nach unten in die video beschreibung dann könnt ihr euch selber davon überzeugen auch die guide zahls listen dann könnt ihr das für euch so eins zu eins vergleichen das ist dann okay und dann bedanke ich mich für zuschauen das neue nach oben da denkt an das gewinnspiel schreibt einen kommentar dann bekommt ihr halt mousepad und maus sofern ihr den ausgelost werdet im nächsten video das bekommt jetzt nicht jeder der einen kommentar schreibt sondern wirklich nur einer der dann glück hat abonniert den kanal wenn das noch nicht gemacht hat bis dahin auf wiedersehen und schau ciao